Was ist das? Was ist das? Wie heißt das? Da weiß ich es! Hallo Opa! Hallo Opa! Hallo Opa! Komm mit, Luki, wir gehen mit. Das ist das. Nein, wir wollen auch mal bleiben. Hi, Oma. Da hast du jetzt in Santiago eine schöne galizianische Bier verpasst. Das ist eine Galizia, das ist lecker. Aber es schmeckt nur, wenn man wirklich am Essen hat. Sonst ist es zu bitter. Also, gar nicht bitter, aber den Nagelschmack. Daher kommt so ein bitterer von mir noch. Aber sonst ist es ja mild. Das ist am besten. Das ist das. 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 Wir gehen ein bisschen nach hinten. Lala, passt gut aus. Halslos. Was? Mama. Damit haben wir nicht runterfallen. Es macht ruhig. Heute wird die Ladra司le bestellen, denn danach ist etwas zurück. Was? Das war auch geil. Das sind die Jungen hier. Wie hätte ich meine Boden geblieben? Ach, das ist ein großer Pferd. Das ist richtig.